Mein MD1 Mein MD1 Jetzt kommt noch einmal die Steinecych 6 los, und das ist der Cross Estoy Die steuke隊 Die Kassenstürmer sind angegründet, in einer Zipplung der Systemkursen, knapp 13.000 Euro. Aber da muss er regulieren, weil das Motorrad steigen will. Das heißt, ganz kurz, wenn ich es auch mal ganz gut genommen, um das Motorrad wieder runterzukriegen, entsprechend gut nutzen wir hier die Geschwindigkeit des Motorrades aus. Magnus, Zitterström, auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber alte Gewehre haben keine verrossenen Läufe, die schießen noch genau hier gut. Die Nackerekanal, Magnus, Zitterström, auch schon ein bisschen reißen, um hier eine Exemplation zu sagen. Ja, Tobi, da musst du mal ein Rekentrauch legen, in seinem Motorrad besser wieder. Deine Kunst, Ruhe und Grube. Nein, er lacht, er versteht den Spaß, nicht, Domi? Ich denke mal, Kerze oder irgendwas ist da los? Aber das werdet ihr schon finden.